herzlich willkommen zu dennis testet ja der zweite test und zwar kümmern wir uns um zwei shampoos um dusch dass das erste ist hier mit allantoin kann man als duschgel als auch mit shampo benutzen und das zweite ist dann eher was für die frauen dusch das mit magnolia also einen magnolien extrakt ja wir gucken uns mal hinten an also 250 milliliter sind drin und wenn ihr mehr wissen wollt geht auf duschdas.de und was steht hier sonst noch drauf ich guck grad mal ja ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen also ich mach mal einen kleinen dufttest gut für frauen würde ich ihnen ja so 90 prozent empfehlen denn es gibt natürlich noch viele anderen sorten und dann noch das hier mit allantoin ja da ist die gleiche menge drin 250 milliliter und ja riecht auch gut ich mache kurz noch meinen riechtest ja auch 90 prozent für das duschgel für männer und auch 90 prozent für die frauen ja das war der zweite test bei dem dritten test überlege ich mir auch was cooles und werde es testen und ich würde sagen bis zum nächsten mal ciao